Das Licht von Alfheim zum Berg zurückkehren. Und hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von God of War mit dem alten Mann von den Schlaftabletten. Sieh mal, die Magie der Hexe verdeckt die Hohenstangen noch. Das spart uns Zeit. Ja, Gott sei Dank. Hier haben wir aber alles beguckt. Aber guckt mal hier. Das können wir jetzt machen. Das konnten... Hier fehlt ein Stein. Wo kriege ich den her? Wartet mal. Hier fehlt so ein Kristall. Hier geht's weiter zum Berg. Da liegt der Kristall. Ich bin ja blind. Willst du dir die ganze Zeit mit dir rumtragen? Na, na? So, Kleine. Warte mal, warte. Geil. Papa wollte es auch mal probieren. Sieh her. Ah, das hatte ich mich schon gefragt. Was? Hütet euch vor Seor und allen, die es praktizieren. Ihr Zauberwerk ist heimtückisch und stets im Wandel. Wie auch die Seelen derer, die es meistern. Je mehr Macht sie anrufen, desto weniger verbleibt von ihnen selbst. Entstehen so Wiedergängerinnen. Ja. Das kennen wir. Da oben hatte ich aber eigentlich alles durchgeguckt. Hoffe ich. Hoffe ich. So, dann wäre das auch geklärt. Achso. So. Ja. Wisst ihr, was ich jetzt gerade überlege? Ich meine, ich bin ja jetzt auf dem Weg. Was ist denn hier noch? Die ist so ein Kompass. Mystisches Tor. Hier können sie noch nicht reisen. Dies ist alles gesperrt. Warum kann ich denn hier hinreisen? Bruxladen. Ach, da kann ich hinreisen. Achso. So ist das gemeint. Wisst ihr? Das mit dem Drachen lässt mir noch keine Ruhe. Und hier habe ich auch noch nicht so viel geguckt. Kommen wir hier wieder hin? Ja, wir werden es sehen. Jetzt bin ich aber hier. Wie sieht es denn aus? Haben wir ein bisschen was? Oh, wir haben hier ordentlich... Wir könnten ja mal Fähigkeiten shoppen. Ja, für den Jungen würde ich gern... Da ist was Neues. Ne, ist nichts Neues. Ich bin ja doof. Schildkampf. Was ist das? Ja, das wollte ich auf jeden Fall. Was ist das? Das ist Reachkampf. Ah, da ist der Schmetterangriff größer. Kostet 4.500. Dann ist meine Kuh zu Kohle weg. Halten Sie beim Ausweich mit... Hier... Nein. Hier bei der Axt haben wir alles, ne? Gut. 7.000 habe ich noch. Der kostet 1.000. Na gut, dann den einen noch. Den einen noch. So, der Rest wird gespart. Weil die sind, werden ja immer teurer. Können wir hier... Erfahren wir noch. Das warst du schon immer so... Reinlich? Ha, das wünschte ich. Nein, ich war genauso unhygienisch wie alle Zwerge, bis mich eine Warnung-Hüchse aufgeklärt hat. Sie fand mit ihrer Magie heraus, dass auf allem, das uns umgibt, Millionen von winzigen Tierchen sind. So klein, dass man sie nicht sehen kann. Nein. Es stimmt. Und wenn sie in dich hinein gelangen, machen sie dich krank. Aber die Hexe sagte, es gäbe eine Holzart, Eiche, die als natürliches Abwehrmittel verhindert, dass sich die Bieste vermehren. Darum mache ich nur noch Eichengriffe. Siehst du, ich denke an alles. Genug davon. Zurück an die Arbeit. Moment, nein. Ja, ja, herein. Nein. Nein. Leichter Kriegsgriff. Nein, nein, nein. Wir wollen nichts herstellen. Wir wollen verbessern. Wenn wir können. Ah, scheiße. Den könnte ich verbessern. Wenn ich den verbessere, dann haben wir da aber mehr. Hüftrüstung. Verbessern. Aha. Die Armenrüstung, das wollte ich mir nochmal angucken. Da fehlt mir der Stahl. Lebitian-Axt. Verbessern. Oh. Gut. Klauenbogen. Und was hättest du denn gern? Geht nicht. Klauenküche. Da wäre aber das ganze Hacksilber weg. Nein, das machen wir nicht. Brustrüstung. Nein, wir gucken jetzt nochmal. Armrüstung, Hüftrüstung habe ich geguckt. Da könnte ich was machen. Ach, der ist, die ist verbessert auf Max. Und wir haben einen Zauberplatz. Gut. Axt knauf. Geht nicht. Talisman. Könnten wir auch. Goldener Schutz. Aha. Den habe ich aber jetzt drin. Weltenstaub habe ich 66. Okay. Für schnelle Erholung sofort aktivieren, nachdem sie getroffen wurden. Verfügt aber auch über einen passiven Effekt, der das Zeitfenster für Paraden vergrößert. Und ja, den sollten wir mal auswählen. Goldener Talisman des Schutzes. Ausrüsten. So. Du hast es nicht eilig? Ich wollte nur mal was gucken. Wartet mal, wartet mal. Ich wollte nur mal schauen. Fähigkeiten. Ah. Gut, dass wir nicht alles ausgegeben haben. Was haben wir denn hier? Fernkampf. Halten Sie beim Zielen R1 gedrückt, um drei Zielpunkte oder drei verschiedene Gegner anzuvisieren? Eine große Explosion beim Aufprall. Aha. Wir gucken erst mal durch. Was haben wir hier? 1.000. Beim Aufprall wird ein Froststaden-Explosion ausgelöst. Erhöht die erhaltene Permafrostmenge bei jedem erfolgreichen Axtreffer. Halten Sie beim Ausweichen L nach hinten und drücken R1, um den schnellen Bumerangwurf auszuführen. Warte. Halten Sie beim Ausweichen L nach hinten und dann R1. Ach du Kacke. 1.500. Ich muss mal gucken. 1.500. Halten Sie beim Zielen R. Ach, die werden da markiert. Aha. Okay. Und was ist aber das hier? Achso. So, für den Jungen habe ich aber nichts, ne? Ach, ich habe wieder falsch gedrückt. Hier war... Was ist das? Das reicht nicht. Wir heben die mal auf. Aber das ist ja lustig. Lustitsch. Oh. Ich spiel wieder zu viel rum. Wir haben viele aggressive Wölfe getroffen, aber diese hier sind anders. Eine ganz andere Plage. Sie spucken eine Art Gift, dass wir tunlichst meinen sollten. Sie sind aggressiver als die tollwürdigen Wölfe. Wir tun sicher ihnen einen Gefallen, wenn wir sie von ihrem Leid erlösen. Ihr Erbrochenes ist also giftig. Aber sie haben ordentlich von dem Zeug fallen lassen, was wir hier so brauchen. Jetzt muss ich aber jetzt mal sehen. Hier war... Ist das jetzt wieder heil? Ja. Gut. Da hängt noch einer. Sehe ich gerade. Hatte ich die nicht schon erlöst? Wo war'n der jetzt? Da. Da hängt zwei. Okay. Könntest du sie jetzt tragen? Nein. Aber... Ich sag dir nein. Ist gut. Das spart zumindest ein wenig Weg. Und ich komm an die am Vorhang. Das ging ja neulich nicht. Wer hat das Gesicht in den Berg gemeißelt? Das weißt du sicher besser als ich. Danke. Jetzt sei vorsichtig. Sorglosigkeit kostet uns nur Zeit. Klar. Halt. Genau. Dat wollte ich. Die hat mir gestört. Mich gestört. Mir gestört hat die vor allen Dingen ja mir. Junge. Hä? Wo schießt du hin? Hier, Junge. Da. Da. Schieß mal da hin. Da ist blau. Irgendwann. Wieder der schwarze Atem. Was machen wir? Wir schauen, ob die Hexe recht hatte. Wir sammeln erstmal das Hacksilber hier. Hier ist auch noch was. Schon wieder was übersehen. Da kommen wir von da oben runter, würde ich sagen. Ja. 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 Ja, geht nicht, ne? Scheiße. Ich dachte, weil das so blau ist. So, nun bin ich ja mal gespannt. Atreus, komm her. Es funktioniert. Sie hatte recht. Komm, bringen wir es zu Ende. Wie weit denn noch? Da oben ist auch wieder sowas Rotes. Das wüsste ich auch gern, wie ich das kaputt machen soll. Aha. Der Weg nach vorne ist blockiert. Dann klettern wir. Wie kommt man denn da hin? Interessant. Komm, Matrius. Komm, Matrius. Wer weiß. Hier brauchen wir wieder den Stein. Achso. Ich muss ja gehen. Die Riesen waren hier. Die Riesen waren hier. Eine große. Abgestopfen von oben nach unten. Aber sonst ist hier nichts weiter, ne? Na gut, dann gehen wir mal durchs Tor. Ihr lasst jetzt mit dem Drachen keine Ruhe. Aber ich denke mal, wir werden wieder zurückkehren nach Midgard. Ist das ein Hirsch? Von einem Riesen mit Hirschkopf habe ich noch nie gehört. Wer kann das sein? Kein Weg rüber, aber das ist eine Sandschale. Der Boden, Junge. Das ergibt keinen Sinn. Irgendetwas fehlt. Vielleicht ist irgendwo ein zweiter Lichtkristall. Ja, bestimmt. Erstmal ist hier ein Fass. Lack. Das hat sich total gelohnt. Wir gucken mal hier. Auf dem Boden stehen die Runen. Auf dem Boden stehen die Runen. Draugerschnell, ja. Das wissen wir. Das ist mir schon aufgefallen. Dass die eigentlich die Taktik benutzen. Oder die das auch können, was Kratos auch kann. Nämlich. Hier kommen wir aber nicht weiter. Hier kommen wir nicht weiter. Was sollen wir jetzt hier machen? Scheiße. Hier kommen wir nicht weiter. Und was ist da oben? So. Das wollte ich bloß. Ja. Ah. Da haben wir ja was. Wir brauchen. Dieser Ort muss dem Riesen wichtig gewesen sein. Offenbar prüfen sie uns. Vielleicht hilft das Rätsel. Ja, das sieht gut aus. Ich will die Truhe. Ich will die Truhe. Ich will die Truhe. Ich kann es fast entziffern. Papa muss hier noch was machen. Runen. Jetzt kann ich's lesen. Die Runen. Eine Rätselantwort für die Sandschale. Da steht Freiheit. Probieren wir's. Wie lautet das Rätsel? Kein Ochs am Joch. Kein Sklav im Leid. Hört meinen Ruf. Hat mich hier gekannt. Keine Ahnung, was ein Joch ist. Aber zum Rest passt Freiheit. Abgefahren. Abgefahren. Ah, wirklich? Kommen wir da jetzt hin eigentlich? Nee. Da müssen wir wohl von der Seite rankommen können. Von oben geht auch nicht, ne? Nee. Aber wir haben jetzt hier ein Tor. Der mal durch. Durch! Soll ich den Kristall im Fackelhalter zum Leuchten bringen? Ja. Äh. Ja. Äh. Jetzt. Ja, Star! Besser, oder? Ja, viel besser. Erst nach unten, dann nach oben. So, dann machen wir mal kurz. Diese Gänge sehen zu eng für Riesen aus. Warum lachst du? Oh, ich meine, ist das ernst? Ich meine, ist immer ernst. Ganz vergessen. Mutter sagte immer, Geschichte interessiert dich nicht. Riesen sind mal voll, die Alben oder das Hildifilk. Sie müssen nicht groß sein. Und die Weltenschlange? Na gut, in dem Fall heißt Riesig tatsächlich groß. Aber es gibt ja nur einen. Oh, scheiße da oben. Kann man schnell was über... äh, sehen. So, jetzt haben wir den Weg. Guck mal, ist ja aber doch mal... Aber viel weiter geht hier nicht. Doch, da kann ich durch. Gucke ich erstmal, wie es hier oben ist. Ah, eine Truhe. Na gut, die nehmen wir mal. Armenrüstung. Eine Schuppenarmenrüstung. Das ist, die ist nur gut für die Abklingzeit. Ja, ansonsten... Ich bleib bei meiner. Ich bin soweit. Ich bin soweit. Ja, das ist gut. Hallo, Atreus. Ich glaub, wir müssen jetzt hier so einen Stein stemmen. Also, den nicht. Das ist natürlich kein... Nein. Hier. Den müssen wir stemmen. Komm, kleiner Mann. Wo schießt du hin? Ah, kacke. Das wollte ich eigentlich so. Äh, nein. Wo schießt du hin? Ach, da, wo ich hinziele. Ah, weil ich ziele. Ah. Alles klar. Es wird mal Zeit, dass ich das endlich schnalle. Oh, ich hätte jetzt Auge mit... Mit drei töten können. Dingen da. Habe ich nicht gesehen. Haben wir ein bisschen Energie... Energie für den alten Mann? Nein. Aber der alte Mann hat was anderes. Äh, so war das. Nein. Habe ich den wieder... Ach so, ich habe jetzt wieder einen anderen ausgewählt. Ah, naja, gut. R1, R2. R2. Aha. Das sehe ich ja jetzt erst. Aha. Na gut. Hängt hier noch was? Ja, da hängt was. Hier hängen ganz schön viele rum. Warum hängt ihr hier? Ja. Gut. Die nächsten hängen wir in der nächsten Folge ab. Wir müssen da wieder was mit Buchstaben machen, schätze ich mal. Na, mal schauen. Ich danke fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge, hoffe ich. Tschüss. Tschüss. Ich danke. Tschüss.